Hallo und herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin Isabel von Ben & Bällchen und wir machen heute zusammen Croissants. Hierfür braucht ihr nichts weiter als einen Blätterteig. Den macht ihr am besten selber und wie ihr das macht, seht ihr in einem anderen Video von uns. Der Link wird euch unten jetzt eingeblendet. Wir haben jetzt also unseren selber gemachten Blätterteig. Ich bestäube die Arbeitsplatte wieder mit ein bisschen Mehl, damit er mir da nicht anhängt. So, obendrauf auch ein bisschen und auch das Nudelholz wird ordentlich mit Mehl gestolpt. Jetzt werden wir das Ganze wieder zu einem schönen Rechteck ausrollen. Dabei müssen wir aufpassen, dass wir die Schichten nicht kaputt machen. Also immer von der Mitte nach außen. Das Ganze muss jetzt dünn ausgerollt werden. Also sollte nicht höher als 5 mm sein. Ich habe den Teig jetzt ausgerollt. Er ist jetzt ausreichend dünn. Jetzt nehme ich mir ein Lineal. Ihr könnt es natürlich auch frei Schnauz machen, aber ich möchte ganz gerne gleich große. Deshalb nehme ich mir jetzt ein sauberes Lineal. Machen wir erst mal hier jetzt eine saubere Kante. So. Und jetzt könnt ihr anhand von dem Lineal ungefähr euch aussuchen, wie groß es letztendlich sein soll. Ich mache jetzt mal 12 cm. Ich mache jetzt bei den 12 cm immer einen kleinen So. Und jetzt schneiden wir daraus Dreiecke. Es ist ein sehr spitz zu laufendes Dreieck, also muss es viel, viel größer als jetzt, also diese, die längliche Strecke muss viel größer als 12 cm sein. Ich suche mir jetzt also die Mitte von einem Croissant und diesen 12 cm bis jetzt bei 6 cm und gehe hier jetzt in einer gedachten Linie nach oben und mache hier einen kleinen Schnitt. Das mache ich hier auch bei 6 cm. Und hier ist es dann. Und hier? Und hier? Und hier? Wir nehmen uns jetzt also eines von diesen drei Ecken. Und nehmen uns diese kurze Linie, dieses hier, und rollen das nun auf. So, und beim Aufrollen müsst ihr darauf achten, dass dieser kleine Schniebel hier am Ende unten ist. Sonst, wenn es oben ist, geht euch das ganze Ding auf im Ofen und sieht unschön aus. Ich klicke hier das erste schon mal auf mein Blech und mache das jetzt mit dem ganzen anderen auf. Ich habe jetzt die Croissants fertig geformt, alle auf ein Backpapier gelegt. Und damit diese schöne goldbraune Kruste entsteht, müssen wir sie noch einpinseln. Das macht man mit ein bisschen Milch und Eigelb. Das trenne ich hierfür. So. Dann nehme ich mir so einen Pinsel. Vermischt es ganz gut. Und wir pinseln nun meine Croissants. Ich habe die Croissants jetzt eingepinselt und die können jetzt in den Ofen. Ihr könnt sie so bei 200 Grad circa 10 Minuten in den Ofen, je nach Größe variiert es ein bisschen. Deshalb gucke ich bei meinen, weil sie ein bisschen kleiner geraten sind, mal nach 8 Minuten da rein. Meine Croissants sind jetzt fertig. Sie waren jetzt letztendlich 15 Minuten im Ofen. Also schaut einfach mal nach 10 Minuten und nach 8 Minuten mal nach, wie sie ausschauen. Und behaltet sie im Auge, dass sie wirklich eine schöne, dunkle Farbe bekommen haben. Ich habe jetzt kleine gemacht. Die sind einfach schön handlich und man kann mehr als einen essen. Ansonsten könnt ihr natürlich sie auch größer machen. Oder ihr könnt sie sogar noch kleiner für Partys machen. Ihr könnt sie natürlich auch füllen, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert das Video, schaut euch die anderen Videos an, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.